Lieber auf die mündliche Prüfung vorbereiten oder jetzt schon für die schriftliche im kommenden Jahr anfangen zu wiederholen? Mit dieser Frage quälen sich sicherlich aktuell sehr viele Prüflinge, bei denen es im Oktober im schriftlichen Examen leider nicht so rund gelaufen ist und die vom Gefühl her sagen, das wird sehr, sehr schwer bis gar nichts gewesen sein und ich muss jetzt schon überlegen, wie ich mit meiner Zeit bis zu der quälenden Ergebnisbekanntgabe umgehen sollte. Was wir direkt von Anfang an festhalten können ist, beides ist auf jeden Fall besser als nicht zu tun, aber welche Vorteile die beiden Varianten und natürlich auch Risiken die mitbringen und worauf man genau achten muss, was die bestimmenden Faktoren sind und wie man das ganz vielleicht auch sinnvoll kombinieren kann, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Sollte ich jetzt auf die mündliche oder auf die schriftliche im kommenden Jahr setzen mit meiner Vorbereitungszeit? Mit der Frage werden wir uns jetzt intensiv beschäftigen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und auch Geschäftsführer der ESH-Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass unsere Prüflinge erfolgreich und individuell ihr Steuerberaterexamen bestehen. Was sind nun die entscheidenden Punkte, die wir uns hier bei dieser Frage näher anschauen müssen? Was sind die Vorteile, wenn wir uns für Variante 1 oder Variante 2 entscheiden? Nun, es ist so, dass wir natürlich von der Vorüberlegung jetzt über Kandidaten sprechen, wo es sehr, sehr wahrscheinlich in dieser Bestehensrange liegen wird. Das heißt, im Viererbereich, ob dann über dem Strich oder unter dem Strich, das kann man natürlich nicht genau sagen. Vorab für dich nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn du in der Situation sein solltest. Erster wichtiger Punkt, deine Wahrnehmung wird von Tag zu Tag jetzt bis zur Ergebnisbekanntgabe schlechter. Das heißt, man sollte grundsätzlich seinen Stand möglichst zeitnah konservieren, auf den man immer wieder zurückgreifen kann, weil die eigene Wahrnehmung wird immer weiter abnehmen. Die Fehler, die man gemacht hat, die man entdeckt im Nachgang, werden immer präsenter als das, was man schon richtig gemacht hat. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt, wenn du bestanden haben solltest mit einer 4-5, wir sprechen über eine Punktzahl von um und bei 40 Punkten, beziehungsweise 40 Prozent von den Punkten, die du geholt hast. Und wenn du das jetzt sozusagen dir einmal vorstellst, du wirst nicht aus der Klausur rausgehen und sagen, hey, bei 40 Prozent, super gelaufen, alle Probleme erkannt, richtig gut umgesetzt, habe ich alles perfekt geübt gehabt. Dann sprechen wir über andere Notenranges. Das heißt, du wirst, auch wenn du in dieser Range liegst und bestanden haben solltest, jetzt nicht so da rausgehen und sagen, richtig gut gelaufen, im Regelfall, weil man sich gut einschätzen kann. Das heißt, man sieht es häufig zu kritisch an der Stelle. Und jetzt muss man das eben mit in die Überlegung einfließen lassen, dass du bestanden haben könntest. Wenn du abgegeben hast und es keine Vollkatastrophe war, dann muss man sich grundsätzlich, sollte man, wenn man es professionell angeht, eben auf die mündliche vorbereiten. Denn wenn du dich mündlich so präsentieren möchtest, du hast eine 4-5, gehen wir jetzt mal von dem Worst Case in Anführungszeichen für das schriftliche Examen aus. Du musst performen. Das ist ein existentes Risiko, dass du mündlich durchfällst. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Kammern, aber es gibt sehr viele Beispiele, wo es einfach mit einer 4-5 nicht reicht. Du brauchst dann eine 3,8 mündlich, um auf die 4-1-5 zu kommen, die du benötigst für das Gesamtbestehen. Und wenn du da nicht vorbereitet bist, dann wärst du da in die Mangel genommen und kannst dann nächstes Jahr wiederkommen, wenn du schriftlich entsprechend wieder performst. Und das willst du natürlich vermeiden. Für eine professionelle, konsequente Vorbereitung mündlich ist einfach eine gewisse Vorbereitungszeit nötig, denn du wirst sicherlich auch wieder im Job sein. Und da muss man dann die Zeit natürlich sinnvoll nutzen, die einem zur Verfügung steht, um diese breite Themenvielfalt, die jetzt insgesamt auf dich zukommen wird, mündlich überhaupt abrufen zu können. Und dementsprechend ist es sinnvoll, frühzeitig anzufangen, die Zeit jetzt schon zu nutzen vor der Ergebnisbekanntgabe. Das ist der Vorteil der Variante, dass du dann schon auf dem Niveau bist, wo du sagen kannst, okay, Ergebnisbekanntgabe, je nachdem, wann der Termin dann ist, jetzt nochmal Vollgas. Ich bin aber schon auf einem guten Level bei 80 Prozent, wenn die Ergebnisse da sind. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, jetzt schon die Zeit frühzeitig zu nutzen, die eben notwendig ist, um dann überhaupt vernünftig zu performen und das nicht zum Glücksspiel werden zu lassen, ob du gute Fragen kriegst, ob du da in den zwei, drei Wochen, die du vielleicht dann noch hast, was Vernünftiges zustande bekommst. Und deswegen ist das eben ein Vorteil, wenn du dich für die Variante entscheidest. Plus, dass, wenn man es natürlich sinnvoll angeht, die Zeit nicht umsonst ist, dass du dich nicht nur mit den Themen beschäftigst, die jetzt neu dazukommen, die schriftlich irrelevant sind, zum Beispiel das Berufsrecht, sondern dass du eben auch da natürlich die steuerlichen Themen, die eben auch schon schriftlich relevant sind, da kombinierst. Gehen wir gleich hier nochmal natürlich darauf ein. Vorteil bei der Variante 2, wenn du dich jetzt schon schriftlich durch vorbereitest, dass du natürlich mehr Zeit hast für den nächsten Versuch, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht gereicht haben sollte. Und dann kannst du natürlich die Monate November, Dezember schon wirklich effektiv nutzen, wenn du vielleicht sogar später die Ergebnisse bekommst, drei Monate, wo du richtig gut schon weiterarbeiten kannst. Du hast jetzt vielleicht schon Fortschritte erzielt, hat vielleicht nicht ganz gereicht dieses Jahr, kannst du weitermachen und dann natürlich die Zeit weiter nutzen, an den Schwachstellen zu arbeiten, Stärken auszubauen, Probleme zu erkennen, zu analysieren und dann natürlich vor allem in der Hinsicht die Probleme zu schließen, ein Fundament auch aufzubauen und gleichzeitig natürlich dann die Themen auch dahingehend zu stärken. Und die Frage ist jetzt natürlich, welche Faktoren sind da relevant? Natürlich einerseits schon die möglichst objektive Einschätzung, wie es gelaufen ist, um da sozusagen eine Range in die beiden Richtungen vornehmen zu können. Wozu tendiert man jetzt? Und dann natürlich auch solche Faktoren wie Bekanntgabe der Ergebnisse und Zeitraum zwischen Bekanntgabe und erstmöglichem Prüfungstermin, also Worst-Case-Szenario an der Stelle. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr frühe Bekanntgabe hast, zum Beispiel Anfang Dezember, wie es in Bremen beispielsweise der Fall ist, und du jetzt ein sehr schlechtes Gefühl hast und du bekommst sozusagen frühzeitig die Ergebnisse, hast trotzdem aber erst im Januar, also rund vier Wochen später, die Bekanntgabe und die Tendenz hat nicht gereicht, ist eher Richtung 30 Punkte als jetzt Richtung 40 Punkte. Sofern du das mit einem qualifizierten Gegenüber auch mit analysieren und einschätzen konntest, wie wir das auch bei unseren Kunden machen, dann kann man sagen, okay, ich gehe in das Risiko, was diese Variante anbelangt, und nutze die Vorteile von der Variante schriftlich. Das ist zum Beispiel eine Variante. Oder wenn du sicher gesichert hast von der Kammer her, von der Vergangenheit oder der Kommunikation mit der Kammer genügend Zeit hast, wo man dann sagen kann, okay, ich gehe auf die Karte, dass ich dann die Zeit eher erstmal für die schriftliche nutze, weil ich Tendenz auch eher Richtung 30 Punkte bin. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, den man hier mit einkalkulieren muss. Andererseits, wenn du sozusagen vielleicht Ende Dezember die Ergebnisse bekommst, dass es Anfang Januar losgeht, worst case zwei Wochen bekanntermaßen, dann musst du dich ganz klar hierauf fokussieren, wenn die bestehende Chance da ist, weil sonst eben dieses 4-5er-Szenario, was wir hier ausführlich schon beschrieben haben, sonst komplett nach hinten losgehen kann. Das kann nicht in deinem Interesse sein. Von daher ist das eben ein Punkt, der dahingehend auch zu beachten ist. Das sind so die Faktoren. Natürlich auch solche Dinge wie, wenn es in diese Richtung schriftlich wiederholen geht, dann die Frage, wie viel Zeit hast du im kommenden Jahr. Wenn du eh üppig ausgestattet bist mit einem Teilzeitmodell, mit einer ausführlichen Freistellung, dann ist es vielleicht gar nicht notwendig, dass du jetzt schon die Zusatzzeit zwingend auf diese Karte setzt, wenn die Wahrscheinlichkeit sozusagen auch bestehen kann, dass es hier gereicht haben sollte. Um eben hier nicht ins Defizit zu kommen. Das sind so diese Abwägungen, die man an der Stelle dann vornehmen sollte. Jetzt natürlich die Frage, wie lässt sich im Idealfall beides kombinieren? Das ist natürlich ganz klar zu sagen, dass sowohl hier als auch hier natürlich Elemente sich überschneiden. Hier kommen neue Themen dazu. Das heißt aber nicht, dass du bis zur Ergebnisbekanntgabe dich nur darauf fokussieren musst, mündlich die neuen Themen zu erlernen, sondern das muss natürlich auch in einem gewissen Gleichgewicht. Das kannst du natürlich dann variieren. Parameter, das Wissen für die schriftliche. Natürlich wirst du jetzt hier keine Klausuren schreiben, aber du kannst für die schriftlichen Themen in der mündlichen Vorbereitung natürlich auch so inhaltliche Schwerpunkte setzen, dass sie dir dann im Umkehrschluss auch hier wieder dienen werden, indem du da mehr Verständnisse aufbaust. Ja, du brauchst eine andere Art von Wissen, aber die baut natürlich auf dem Wissen von der schriftlichen auf. Das heißt, du kannst das hier, indem du hier eine gesunde Mischung vornimmst, wie das Verhältnis dann konkret ausschaut, muss man im Einzelfall betrachten, eben auch auf Grundlage der Einschätzung und der Faktoren, die du dann nutzen kannst, um hier entsprechend die richtige Balance zu finden. Wie gesagt, Klausuren schreiben ist damit nicht gemeint, sondern wie kannst du die Themen von der schriftlichen eben auch da schon vorziehen, um da mündlich in der Hinsicht verständnistechnisch ready zu sein. Das sind sozusagen die Überlegungen dahinter, die du auf jeden Fall anstellen solltest, um mich dann effektiv vorzubereiten. Im Idealfall, wenn du Kandidatin, Kandidat bist, in der Variante, dass du es kombinierst mit deinem entsprechenden Verhältnis aufgrund der Umstände. Wenn du dazu Fragen hast, beziehungsweise gerade in diese Variante gehen solltest, du musst jetzt schon planen für das kommende Jahr, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dass wir deine Situation mal gemeinsam analysieren. Dazu einfach auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns melden, dann schauen wir uns eben deine Situation an. Wie sind die Umstände hier? Was sind Planungsüberlegungen für das kommende Jahr? Was sind die Hebel auf Basis von den Problemen, die du eben auch hattest in der letzten Vorbereitung, beziehungsweise dieses Jahr? Und natürlich auch unsere Analyse, die wir dann intensiv mit dir machen werden, um da die entsprechende Strategie fürs kommende Jahr auch frühzeitig abzuleiten und dann eben auch erfolgreich zu performen, wenn es dann erst im nächsten Jahr der Fall sein sollte, dass du da dann nochmal antreten musst und das Maximum herausholen solltest. In dem Sinne, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist, reflektiere das Ganze wie immer sorgfältig und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malu.